Hey, es ist so gut jetzt! Ding, Mann! Pass mich! Musik los! Musik los! Musik los! Musik los! Ein da gleich! Ich bin nur die Schürze! Das ist aber! Musik los! 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 Was passiert hier? Das ist zu viel! Musik los! 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 Ehh... Geht die Warten, die alle auf mich. Geht die Warten. Was gibt's hier alles für Geheimfächer, Yannis, hallo? Was? Es ist überall Geheimgang im Covet Cave Ding Ähm, wer ist denn da sonst? Klar, ich bin hier in der Arena, Digga Du hast Dietix, Kevin, eigentlich? Leute 6, Digga Vielleicht in Opens Ja, wir spielen ganz Ich fähre diese Season nicht mehr auf deinen Downfall, ich fähre auf deinen Up Ok Das heißt ne Menge Ok, jetzt schreibst du einen Moment, Digga Ey, das ist wieder euer Ferien-Dingshaus, oder nicht? Ja Ja Aber du bist halt auch reich, du, das kann sich ein normaler deutschland nicht leisten So So Ok, ja Können wir zeigen Voll zu finden, ja, dann Armored walls in Zug, geil Lanty, ja Wo ist dieser Column Nein, nein, nein Dietix, ist immer noch wer denn du? Hm, ja Der spielt gar nicht zu sein, der hat gar keinen Bock aufs Gehen Der muss Nee, der kann einen nicht Ich muss den zu ihnen gehen, sonst Junge Was macht der Typ? Ich hab doch vorher gebraucht, ob ihr was tun willst, da ist der 1,200 Jahre alt Ja, nein, ich will nicht bei dir in deinem scheiß Hut, sonst weit landen Ja Ja, wir machen natürlich Gehen einen Daumen, was ich gebracht habe, Digga Ich freu Corvette Canyon an, da Digger, D-Ticks Canyon, D-Ticks Canyon, ja, D-Ticks Season, Digger, Klaus. Ich glaube, ich muss einen OP-Spot nur. Ich habe einen Final, oder? Der Final ist, im Final ist das Lackabhängig, wo der Bot spawnt, dass man den Dings bekommt. Bei meiner Seite, machen wir halt, da können 3 Teams landen eigentlich, bei 4 ist schon ein Team contestet dann. Aber 3 Teams könnten sich das so splitten. D-Ticks. Die werden dich dann aber immer blockieren. Naja, ist gut, Digger. Stimmt dann einfach. Du bist der beste Spieler, dann sehen wir das Gamer. Angezündet habe ich. Da wäre keine Pfeffer drin. Ach, Mann. L-Ding. Schnaufe aus lange Nase. Ich find's dir das an, das ist ein Name der Schockiert. Ich kann jetzt keine Einladungen sein. Bis zum. ich könnte jetzt blicken sie auf volume angelehnt aber ja das in sieben minuten geht es los der mein zucato spielt ja nicht jeden tag 80 tonaliger da haben wir die meinung schon das kannst du ja echt nicht machen wenn du gesund bist im kopf er ist sicher ein netter typ ja 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 Junge, ich hab's verstanden. Hey. Gott, die facken mich ab. Wieso kann ich nicht laufen hier? Ja, komm, ich bau einfach hier ab, komm. Cooles Spiel. Boah, nein. Perloi. Ja, ich will nicht in der View Distance. Das ist so schön. Ich hab dir mal so eine Bombe gedrückt, glaube ich. Tod? Ah! Was ist das? Oh. 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 What the f- Why didn't you not shoot me when I walked through it? Das ist der EFK 100% Das war's gut. Ja, no no tell me what i'm supposed to do this is if he may if he's maybe like really dumb he's gonna think this is a build fight if he doesn't know that there's only two people alive like what even am i supposed to do how am i supposed to find him there's the one strategy it's called ramping up and he's gonna shoot me down but i have no jump hit so i'm just gonna die so okay this strategy actually always works so i showed you the strategy it's 100% always working this is literally a hack bro i don't see the trees i don't see the tree that he's in so it's broken yeah that's op yeah that's misleading okay yeah 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 Vielen Dank.